Hallo Kinder. Hallo Kinder. Geh mal zurück. So, wir haben ein neues Spielzeug. Oh, ein grünen von Scooby-Doo. Warum müssen wir ganz alle aufmachen? Alle. Ich habe noch fünf Stück. Zacki. Das ist ein Mädchen. Ein Mädchen ist das? Karate Girl oder Jujutsu oder Judo. Nein, Papa, das ist der Boss von ihnen. Ah, stimmt. Cool. Können die zusammen kämpfen? Ich mache den Kopf. Gib mal den Kopf. Wenn alle Mädchen sind, dann ist das mein. Wenn alle Jungen sind, dann ist das nichts. Die Leilei. Die Leilei. Was hast du vergessen? Komm mal, wie er auch sein muss. Die Leilei. Die Leilei. Stopp. So, den lilaen Gürtel. Nee, doch. Stopp, den ja doch. Siegelbock an. Siegelbock. So. Ich fang keine Ziege. Ist das ein Aufkleber? Nee. Kein Aufkleber. Wie man ist? Nur ein Aufkleber. Das ist ein Tattoo. Das ist ein Tattoo. Tattoo. Das ist ein Aufkleber. Hey, wir haben Jason da. Sag Hallo für unseren Zuschauer. Hallo. Jason. Hallo. Hallo, liebe Zuschauer. Babo. Guck mal, wie große Füße. Oh, endlich dran. So, was ist das hier? Sieh die Blume. Oh, ich habe ihn nicht da. Wo ist der Klau? So kann er das. Das ist wirklich ein Tattoo. Echt? Sag mal. Nee, das ist ein Aufkleber. Ja, aber wie klebt man das auf? Die Reise. Die Reise. So. Ich bin... Aulina, guck mal. Hier. Ich habe aufgeklebt. Das. Ein Klau. Das ist ein Aufkleber. Wer will den haben? Was? Wer will den auf seinen Schrank kleben? Ich. Weil Nick hat so ein Leipzig-Bagstorben. Das ist dein Aufkleber. Wollen tauschen? Hey, das ist eine Wasserpistole. Ah, geil. Zeig mal. Ey, Leute, wisst ihr doch, im letzten Video haben wir dann so einen Klauen gehabt. Und das jetzt eine Wasserpistole. Ey, das geht nicht mehr. Was? Nee. Nein. Geht mal. Nein, die musst du nicht abmachen. Nein, die musst du nicht abmachen. Ja, ich weiß. So. Reinmachen. Saugen. Und dann nehmen. Ja. Und dann. Das ist mein Klauen. Das ist mein Klauen, weil da eigentlich lange Haare ist, weil es ein Mädchen ist. Ja. Ja, komm mal her. Ich will ein Video machen, Nick. Ich bin der Klauen. Oh, wo meine Wasserblume ist. Da ist eine Schlau. Der wusste das sofort. Meine Wasserblume. Warte mal, ich will ein Video machen. Meine Wasserblume ist das. Gitter. Das ist wirklich ein Suster, ne? Entschuldigung, Lina. Alles gut? So. Und wir machen im nächsten Video weiter, oder? Jetzt putzt sie sich ab. Nein.